Joa, Leute, das ist jetzt hier die neueste Konstruktion. Ich bin ja Heimwerker. Ja, man hört sie auch schon jaulen, ähm, die kleinen Kaka Türmen so langsam und, ähm, normalerweise hat das diesen Vogelkäfig-Effekt. Wenn die drin sind, und da ist so ne Decke drüber, dann sind sie ruhig. Schaut, wie brav Kleck sie ist, und wer jault wie der Kloppo, ne? Kloppo hat gejault, und die Ellie jault auch ganz viel. Oh, Megatron, musst du Pipi-Kaka? Oh, Megatron jault auch. Joa, Henry. Henry, du bist so süß. Oh. Ich musste das jetzt auch so ein bisschen wegschieben, weil die sich da drauf stellen und dann da drüber klettern wollen, was noch nicht ganz klappt. Aber sie werden es tun. Und ich kann ja nicht mehr schlafen nachts, und dann stehe ich nachts auf und gucke, ob sie noch drin sind, weil ich Angst habe, dass sie hier rumlaufen und dann sich verletzen, warum auch immer. Ja. Aber ich hoffe eher so. So hat's was Orientalisches. Und es gefällt ihnen fast allen. Ja. Eki. Für uns hat's, ne? Gibt's nix Neues, ne? Tschüß! Tschüß!